Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Mit Baby, Nikki Hilton teilt erstes Foto mit ihren drei Kids. Was für eine zuckersüße Familie! In Nikki Hiltons 38 Privatleben scheint es derzeit bestens zu laufen. Schon im Jahr 2014 heiratete die Hotelabin ihren Partner James Rothschild. Nach ihren Töchter Lily Grace Victoria und Theodore Marilyn dürften die beiden vor rund zwei Monaten ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen, einen Sohn. Seinen Namen hat das Paar noch nicht verraten. Dafür bekamen Nikis Follower nun einen süßen Schnappschuss mit allen drei Kids zu sehen. Via Instagram teilte die 38-Jährige das erste Foto mit der gesamten Rasselbande. Während Nikki ihr Baby im Arm hält, küssen die beiden Mädchen ihr jüngstes Familienmitglied. Farblich scheinen sich alle abgestimmt zu haben, sie alle tragen ein helles Blau. Zwei Monate, notierte die Blondine zu dem Bild, so lange ist sie nun schon dreifach Mama. Von diesem Anblick sind nicht nur zahlreiche Follower, sondern auch die Hiltons begeistert. Ihre Schwägerin Tessa Hilton, 28, sowie ihre Mutter Kathy Hilton, 63, hinterließen Herz-Emoies. Die Hilton-Familie könnte sogar schon bald noch weiter wachsen. Auch Nikis Schwester Paris, 41, hat nach ihrer Hochzeit mit Carter-Riam-Mama Pläne. Ich wollte schon immer eine Familie gründen, aber hatte zuvor nicht die richtige Person getroffen. Um es zu tun, merkte das einstige It-Girl bei Jimmy Kimmel Live an. Vielen Dank.